Interessieren Sie sich für Skulpturen? Darf ich Ihnen mal eine zeigen? Eine einzige! Hier! Diese Skulptur stammt aus dem Jahre 1! Das hier ist der Philemon! Die Skulptur ist kaputt gegangen. Entschuldigung! Entschuldigung! Für das Entgleisten! Ich lass mich lieber wieder! Ich hab noch mehr andere Skulpturen! Da brauch ich ja nicht total sauer zu sein! Wilder Skulptur! Skulptur kaputt! Skulptur kaputt! Gott, I got myself again! Skulptur kaputt! Gut! Gar nicht schlimm! Hahaha! Entschuldigung!